Hallo, wir sind hier beim Ästhetiker Wintermesch in Saalbach. Es war jetzt gerade das Training und jetzt geht es los und wir sind alle schon motiviert. Hallo, grüße, ich höre Vitala, Brudometer Teamrider, wir sind hier in Saalbach Intercamp bei einem Ästhetiker Wintermesch. Und ich werde noch dreiviertel Stunden saun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020